Ich Heiko, du bist 36, hast keine Arbeit und deine Freunde sind alles Hurensöhne. Viel Spaß. Du bist also auch ein Freund von ihm, oder was? Ja? Stimmt, ich muss noch mit 36 im Teamspeak chillen. Weiß ich, genau. Nein, 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 nein. Ja, genau. Ich bin so ein kleines WoW-Opfer. Ja, und? Und jetzt? Seid ihr jetzt cool, weil ihr 14 Euro im Monat bezahlt? Henni Oecker. Seid ihr jetzt cool? Nein. Grüß mal, Keith. Du bist irgendwie cool, dass du jetzt hier irgendwie ins TS gehst und da hier die Leute irgendwie beleidigt haben. Seid ihr cool, weil ihr mich nicht spannen könnt? Doch, der Alp kann nicht spannen. Aber ihr könnt nicht spannen. Warum nimmst du das auf? Willst du das auf YouTube spielen, du Hurensohn? Äh, Windenta. Halt uns das Maul. Ist das jetzt armselig, Heiko? Heiko, männlich, 36, sucht Freundin. Vergebens. Hab dich deine Mutter drauf gemeldet. Die fahrt den Heiko eigentlich ganz geil. Kleiner Kotnasch. Ja? Ja. Deine Mutter sucht gerade einen neuen Nickname, hab ich gehört im Internet. Deine Mutter steht vor Kick und freut, ich bin billiger. Ja? Ja. Ja. Soll ich mal ehrlich sagen, wenn ich euch höre, dann denke ich, ich sitze hier mit einem TS, die sie nicht mehr alle haben. Ja, herzlichen Glückwunsch, du Missgeburt. Ja, das hatte ich auch lieb. Such mich mal abends. Ey, ich hab das Wort genommen, das war so witzig. Ja, ich hab das Wort genommen, das war so witzig.